Ciao, meine Freunde, willkommen zurück am warmen Lagerfeuer. Im letzten Part haben wir unsere Reise begonnen, sind vor allem Bären geflüchtet, hatten ein Flashback in der Vergangenheit. Und jetzt sollten wir irgendwo Wasser in irgendeinem Brunnen finden. Problem ist, dass ich hier gar keinen Brunnen finde. Aber na gut, gehen wir nochmal raus. Nye, nye, nye. So. Muss ja irgendwo hier draußen sein, ne? Milch-Tanks. Milch-Tanks, keine Milch-Tanks. So, wir waren schon beim Nachbarnhaus gewesen, letzte Folge. Da ist nichts gewesen. Ich ziehe schon mal mein Messer. Ich weiß, dass es ein bisschen, vielleicht ein bisschen, naja. Radikal, aber ich will nicht wissen, was uns hier noch erwarten könnte. Hier ist ein leeres Haus. Schuhe. Ein Bett ist hier auch. Guck mal, was... Gut, die Schublade ist nicht öffnen, öffnenbar. Hallo? Ein leerer Herd hier mitten im Dings, ne? Ach, ist seltsam. Wir können hier nichts aufnehmen. Wir können nur mit Türen... Aua. Interagieren. Wir sind auch schon wieder Schuhe. Wieso sind hier überall Schuhe? Gut. Ich glaube, dieses An- und Ausschalten des Fotoapparates... Also, Fotoapparates... Der Taschenlampe hilft auch ein bisschen Batterien zu sparen. Oder? Ja. Wir haben noch zwei Batterien. Was ist das? Ein Dings? Wie ist denn das hier so verschwommen? Willst du mir irgendwas sagen? Ach, das Verschwommene heißt, dass wir was essen müssen, oder wie? Wie bescheuert ist das denn? Sag doch so Bescheid. Oh. Das war oben, was zu essen. Sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, welchen Brunnen er meinte. Aua. Ich ruhe mir die Tür immer selbst vor den Kopf hier. Da sind noch ein paar Batterien. Wasser? Wasser. Wasser. Hier ist nichts sonst. Okay. Ich glaube, ich sollte mit dem Rennen auch so ein bisschen aufpassen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns das Energie kostet. Eine Badewanne. Wollen wir nicht eine Badewanne nehmen? Nö. Okay, ich habe nur Wasser gefunden. So. Dann wollen wir doch mal weiter. Was zum Teufel? Alter, ernsthaft? Können wir nicht so einen Puppenkopf hier auf dem Dings spießen. Nö. Und das Schaden, weil ihr habt doch da Schaden. Oh Mann. Ich will mal das Menü wegtappen, aber... Darum machen wir mal Escape. Gewohnheitssache. So, ich habe Wasser gefunden. Ich habe Wasser gefunden, mein Freund. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe nur ein bisschen Sorge, wenn ich hier reinkomme. Oh, da hinten sitzt er ja in Ruhe. Dann. Da 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 da. Immer mal nichts. Ich setze mich jetzt auch wieder ins Feuer. Was willst du denn? Ich habe doch alles geholt. Ich habe keinen Brunnen gefunden, sonst. Oh. Ein Foto vom Mond. Da. Der tote Bär. Er hat gesagt, wir sollen irgendwo Wasser von dem Brunnen holen, aber... Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ah, guck mal, hier ist auch noch was. Hallo. Könnte ich die Lockerwesen ja oft machen, ne? Wie ist das? Oh. Ist das erste Eisenbahn? Erste Eisenbahn. Erste Eisenbahn. Ach, hör auf so zu schlieren, ey. So. Nom, 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 nom. Eine alte Kirche. Hä. Er schickt uns doch nicht so alleine hier so weit raus. Oh. Könnte aber rein. Okay, jetzt jemand noch weiter gebetet. Hallo? Äh. Nö. Mann, der hier boogelt auf den Keks so langsam. Was für ein Brunnen denn? Ist ja irgendwo ein Brunnen, von dem ich nichts weiß. So. Tür. Hallo? Tür geht nicht auf. Hallo? Hm. Oh Mann, mal dieses... Diese dufte Taschenlampe. Flashlight. Dun, 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 dun. Hallo? Diese komischen Dosen hier. Da sind noch ein paar Spitzerin. Ein Nudelholz. Das brauche ich unbedingt. Hahaha. Hm. Okay. D, 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 d. Wenn das so weitergeht, lasse ich das hier beim Netztest oder so. Na? Nö. D, 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 d. Heps. Also er sagt zu Brunnen, würde aber nicht meinen, dass wir hier so Kilometer weit weglaufen müssen. Wäre ein bisschen seltsam. Was ist denn das für eine kleine Hütte hier? Ah. I need to find a bucket. Ernsthaft? Das ist der Brunnen. Okay, jetzt brauchen wir nur einen Eimer. Okay. Wir brauchen einen Eimer. So. Gab's denn bei uns einen Dienst? Nee, oder? D, 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 d. Oder hier? Aua. So. Flashlight, hilf mir mal. Haben wir hier irgendwo einen Eimer? Eimer, 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 wo bist du? Bin nicht hier, bin... Nee. Ich habe da oben Wasser übersehen. Also Wasserflasche. Essen und Wasser zählen ja hier anscheinend als eine Quelle. Können wir die Badewanne nicht mitnehmen und da das Wasser reinfüllen? Komm nicht in die Ecke. Gut. Okay. Hier ist nichts. Wir brauchen einen Eimer. Eimer, 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 Eimer. Eimer, Eimer. Stellt ihr drüben? Eimer, Eimer, Eimer. Hauptsache hier ist, überall 10.000 Milch kann stehen, weißt du? Aua. Da ist eine Schüssel. hier ist auch nichts da ist ein herd ich gehe mal stark wirklich davon aus dass es bei uns bei uns im bauernhof stand der eimer würde mich verwunden würde mich wundern wenn nicht er wird schon wieder ohnmächtig ich sollte wirklich mit dem hof aufpassen wir haben uns gesagt hat kein essen mehr und also weiter geht ich brauche wer bleibt liegen wenn einmal hier kumpel da bin ich kann sehen kann sieht nicht gut aus sieht eindeutig nicht gut aus die 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 hier vielleicht irgendwo alter vor die bären fallen hier hallo kein eimer nirgends wo jetzt haben wir den brunnen gefunden jetzt geht die suche nach einem dämlichen eimer los geht es immer 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 was nie für mich da wenn ich dich gebraucht habe wenn ich einsam war eimer was nie für mich da wie warst du für hat da was trinken nun eine spontane frage einfach mal so an dem haus da drüben war wir brauchen einen eimer wir brauchen einen eimer wir brauchen einen eimer das muss ich gleich noch mal bei der kirche gucken und ein bisschen im umland schauen hier wenn man das haus vielleicht sei ein netter eimer das ist noch so eine trinkstation trinken ich habe keine ahnung was bringt keine ahnung die 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 wir vorankommen sind für die 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 top war hier schon drinnen hallo wie das hier der lampe nimm das ding doch mit, dann haben wir noch einen eimer oder zumindest so was in der art mann 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 schuhe oh da war was drinne können wir noch was von vertrinken look, 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 look ne hm kein eimer für uns geht es da irgendwo hoch da ging es mal hoch aber das ist festgenagelt hier mensch, mensch, mensch hm, hm, hm wie gesagt, wenn das hier so weiter geht das ist echt nur ein netztest hier da, 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 da müsst ihr euch halt ein 5-tägiges 5-tägiges netztest angucken ach 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 kniehihi ja hier war ich doch schon mal mit dem Puppenkopf waren wir da oder waren wir hier mal gucken und es wird schon wieder schwummerig vor den ogen nein jetzt habe ich echt langsam Panik da ein eimer yeah wir haben einen eimer gefunden warte, haben wir den jetzt auch rausgerüstet irgendwo da ein eimer hauptsache so schön aufgemalt hier so dann gehen wir doch mal jo hallo hallo ach so sag das doch so ich trau den Frieden hier nicht und wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch so und jetzt geht's zurück ich frage mich ja womit er gerade den Eimer trägt weil er hier gerade mit zwei Händen da irgendwann nochmal was ja nur wieder der gleiche vielleicht ja naja ha 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 krän 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 ja mein freund ich habe uns den eimer wasser besorgt habe ich ok setzen uns hin ich trinke auch mein schlückchen es gibt nichts über ein schlückchen wasser am abend wir sind petrovic gut jetzt wissen wir bescheid wie wir heißen ja wir werden jetzt erstmal hier ausruhen oder so zumindest schlafen woher sagen wir noch jetzt am tag nur laufen hat ja schon irgendwie so eine leicht bedrückte atmosphäre so guten morgen ich komme ja schon ich komme ja schon wirst du denn ach da ich mache mal die tür zu ihr beha beha bekomme kommt man weiß ja mittlerweile das mal aufpassen müssen dass wir nicht zu schnell laufen und so also dass wir so viel laufen da hat hört sich gut an nehmen dann auch menschen oder sie genauso belebt wie hier ne ich schließe mal noch auf so hey kumpel was ist los was ist was wir angemacht haben letzte nacht naja solange uns nicht wieder so ein wild gewordener bär takir das wäre auch so ein komischer schock immerhin ach nein der schwächelt schon wieder das sieht man wenn der bildschirm so ein bisschen an farbe verliert ich meine das ist allgemein nicht so viel farbe aber ja da wir so viel warten müssen mache ich glaube ich mal die klappe dahin noch zu da habe ich zu Nö, kann die Klappe nicht zumachen. Was ist das? Das sind die Rohrleitungen. Ah, Hund. Wollen wir uns nicht in den Neusen umschauen? So, noch essen und trinken? Aber ich glaube, ich folge ihn mir erstmal. Ach ja. Der Hund scheint weg. Ist das eine Vogelscheuche? Ehrlich, sollten wir uns nicht... Wenn du nachts nichts bemerkst... ...kastrischen... ...und es blöde. Ich habe mich hier jetzt auch nicht umgeguckt. Hier waren wir auch nicht letzte Nacht. Deswegen weiß ich nicht. Wo ist er? Da. Gebadet haben sie anscheinend nicht. Hier war es ganz kurz. Es ist gut, dass wir es probieren können. Jaha. Toilette ist offen. Tür ist offen. still. In der Mitte. Ich sehe jemand. Wie macht es dir gerade ein bisschen Sorgen, dass wir eine Axt gekriegt haben? Da ist ein Erste-Hilfe-Gasten, das macht mir gerade noch ein bisschen mehr Sorgen. Ich wollte sagen, jetzt können wir nach oben gehen, oder was? Hat er angefangen zu riechen, okay. Ja. Im Haus ist niemand. Da wollte ich was drüber sehen. Ähm. Da sitzt jemand. Ähm. Da ist eine Leiche. Da sieht es so aus. Oh. Oh nein. Ach nö. Kein Zombie-Ding würde. Ähm. Ich kriege die Tür trotzdem nicht auf. Ähm. Ähm. Hallo? Nein. Ähm. Huch. Ähm. Ähm. Ich ging von Zombie aus. Buddy. Hey. Da ist ja ne Dings drinne. Ne Frau. Oh. Oh. Der Regen. Ne. Aufgemalte Tür. Hier steht ein Stuhlofenfeld. Ich hab grad nen Erfolg bekommen. Was tolles. Aber ich weiß nicht was das heißt. Ich weiß nicht was ich machen soll. Ach. Wir haben jetzt die gute Frau hier gerade geköpft. Da oben kommen wir nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wurste unter Lisa ist. Wir sind nicht so easy zu planen. Aber wir können das nur schlecht machen. Aber wir können das einfach tun. Wir können das einfach so gut machen. Be careful. Okay. Die hätte uns wahrscheinlich was getan. Wären wir nicht. Wären wir ihr nicht vorgekommen. aber war die schon ich hätte vielleicht doch mal nach vorne gehen sollen, gucken sollen, wie ach komm schon, ich hab den Zettel gefunden, ich hab die alte abgemüxt, komm Leute, ich bin in dem Partner für heute wenn euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen oben da und ich würde mal sagen, wenn ihr Lust habt das selbst mal auch zu probieren, probiert es aus und ich würde sagen, das war's das letzte Test und ich würde sagen, wir schauen mal uns das nächste Spiel an und mal sehen, ob das besser passt und bis dahin Ciao